Servus! Wir liegen gegenüber von Fort de France. Freie Acht, der Acht. Ich habe mich nicht wissen, ob ich das richtig heiße. Denke ist verstaut, alles an Bord. Nur noch alles festmachen, Segel ist angeboten. Los geht's Richtung Landshorn. Ich wünsche euch noch frohe Ostern und wir werden in drei Wochen voneinander. Tschüss!